Was ist die Anzeichen für eine virtuelle Realität? Die Realität würde zu Beginn plötzlich aus dem Nichts entstehen. Wieso? Weil die virtuelle Realität in dem Moment gestartet wurde, als jemand im Rechenzentrum der Realität auf den Startknopf gedrückt hat. In dem Moment startete die Simulation, welche die virtuelle Realität erzeugt. Wenn man also versucht, die Anfänge der Realität zu ergründen, kommt man an diesen Punkt, wo plötzlich alles aus dem Nichts entstand. Vorher existierte die Realität nicht und plötzlich war sie da. So sind virtuelle Realitäten. Naja, unsere Realität ist genauso. Wenn man sich zu den Anfängen unseres Universums begibt, was findet man davor? Den Big Bang. Und woher kam der Big Bang? Nirgendwoher. Weil vor dem Big Bang hat unser gesamtes Universum überhaupt nicht existiert. Unser Universum ist erst durch den Big Bang entstanden. Vor dem Big Bang bedeutet vor der Existenz unseres physischen Universums. Und Wissenschaftler erklären uns, dass das physische Universum alles ist, was existiert. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass unsere Realität über einen mystischen Ursprung verfügt, wo durch den Big Bang dieser kleine Energieball plötzlich aus dem Nichts entstand und begann, sich auszudehnen und unser Universum zu bilden. Man könnte also sagen, unsere gesamte Realität ist zu diesem Zeitpunkt plötzlich aus dem Nichts entstanden. Plötzlich entstand dieser Energieball aus dem Nichts und begann unser Universum zu bilden. Ein anderer Indikator ist die kontinuierliche Ausdehnung des Universums. Wissenschaftler wissen nicht nur, dass sich unser Universum ausdehnt, sondern dass seine Ausdehnung sich sogar kontinuierlich beschleunigt. Das stellt aber ein Problem dar. Wenn es nur unser physisches Universum gibt und alles, was unsere Realität ausmacht, dem physischen Universum entspricht, in was genau dehnt es sich dann überhaupt aus? Eigentlich kann da gar nichts existieren, denn unsere gesamte Realität entspricht dem physischen Universum. Trotzdem dehnt es sich aus, in etwas, das überhaupt nicht existiert. Das stellt ein Problem dar. Wenn Realität allerdings virtueller Natur ist, ist ein sich ausdehnendes Universum überhaupt kein Problem. Da werden die Zahlen in dem Computer, der die Realität berechnet, einfach größer. Jeder, der eine Programmiersprache gelernt hat, kann damit ein Programm zur Berechnung einer Kugel schreiben. x² plus y² plus z² gleich r². Mit dieser Formel erhält man eine Kugel mit dem Radius r. Man gibt die Formel in einen Computer ein und verdoppelt den Radius r mit jedem neuen Berechnungszyklus. Dadurch wird die Kugel immer größer. Wenn man das Millionenfach pro Sekunde wiederholt, wird der Radius irgendwann so groß, dass die Kugel größer ist als unser gesamtes Universum. Trotzdem befindet sich diese Kugel in einem kleinen Laptop. Wie geht das denn? Man hat etwas, das größer ist als das gesamte Universum in einem Laptop? Das ist natürlich eine etwas alberne Betrachtungsweise. Aber wenn etwas virtueller Natur ist, kann es wachsen und so groß werden, wie es werden soll. Erst wenn man sagt, Realität ist aber nicht virtuell, das Universum ist objektiv und außerhalb des physischen Universums existiert nichts. Erst dann macht die ganze beschleunigte Ausdehnung des Universums irgendwie keinen Sinn. Dass der Big Bang aus dem Nichts entstand, macht dann irgendwie auch keinen Sinn. Teilchen als Wahrscheinlichkeitsverteilung zu betrachten, macht dann auch keinen Sinn. Die Lichtgeschwindigkeit C soll konstant sein, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Die Liste von Aspekten, die dann keinen Sinn machen, wird immer länger. Es gibt verschränkte Teilchen, das macht auch keinen Sinn. Es gibt all diese Dinge, die von der Wissenschaft gemessen wurden, und Wissenschaftler sagen, das sind Tatsachen, aber sie machen einfach keinen Sinn. Alles nur seltsame Physik. Leider sind die Wissenschaftler etwas schwer vom Begriff, sonst würden sie ein Modell entwickeln, in dem diese gemessenen Tatsachen Sinn ergeben. Wenn man immer wieder auf Paradoxien stößt, was bedeutet das? Es bedeutet, dass man ein falsches Erklärungsmodell verwendet. Irgendwo im heute verwendeten Modell muss ein Fehler liegen. Irgendwo versteht man dabei etwas falsch. Nein, 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 ich verstehe alles. Das sind nur die ganzen Messergebnisse, die keinen Sinn ergeben. Das ist der Punkt, an dem wir uns in der heutigen Wissenschaft befinden. Von diesen Paradoxien gibt es noch mehr, außer den bereits erwähnten, die auch alle keinen Sinn ergeben. Per Labs an der Princeton-Universität, die Versuche zur Auswirkung des Geistes auf Materie durchgeführt haben. In der Medizin weiß man, dass die Geisteshaltung des Patienten einen Einfluss auf die Heilung hat, der Placebo-Effekt. Aber das macht alles keinen Sinn. Das kann unmöglich wahr sein. Aber diese Dinge passieren. Wir haben sie gemessen, und die Messergebnisse sind Teil unserer Realität. Teilchen sind Wahrscheinlichkeitsverteilung, damit müssen wir uns abfinden. Die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, damit müssen wir uns abfinden. Der Placebo-Effekt funktioniert, auch damit müssen wir uns abfinden. Wir haben diese ganzen Widersprüche. Sie sind alle Teil dieser seltsamen Wissenschaft. Kein Wissenschaftler scheint je zu dem Fazit zugelangen, dass wir einfach noch nicht richtig verstanden haben, was wirklich vor sich geht. Das Fazit ist stets, ach, das sind nur ein paar verrückte Aspekte der Wissenschaft. Die sind eben einfach so. Niemand wird sie jemals verstehen, und man kann sie auch gar nicht verstehen. Denn wenn wir sie nicht verstehen, dann kann das auch sonst niemand. Der elfjährige Junge, von dem du vorhin erzählt hast, der meinte, ich kann mir schon vorstellen, dass wir in einer virtuellen Realität leben. Der ist ein Beispiel dafür, dass Kinder noch über ihre Vorstellungskraft verfügen, und man sie noch nicht erfolgreich mit dem Status Quo indoktriniert hat. Sie wissen noch nicht, welche Ansichten über die Welt die, in Anführungsstrichen, richtigen Ansichten sind. Deshalb können sie noch außerhalb vorgegebener Normen denken. Wenn wir die ganzen Paradoxien betrachten, stellen wir fest, dass sie sich alle auflösen, wenn man sie vor dem Hintergrund eines größeren Gesamtzusammenhangs betrachtet. Ich habe etwas in diesem Bereich recherchiert, und für jedes von Ihnen gibt es einfache Erklärungen. Solange man aber in der limitierten Sichtweise des Materialismus festhängt, kann man diese Paradoxien nicht auflösen, und man sagt sich, ach, ist das frustrierend, diese verrückte Wissenschaft. Sobald man das größere Gesamtbild betrachtet, sind es keine Paradoxien mehr. Alles muss genauso sein, wie es ist. Natürlich sind Teilchenwahrscheinlichkeitsverteilungen, natürlich ist die Lichtgeschwindigkeit konstant, und es gibt gute Gründe dafür. Das geht sogar bis ins antike Griechenland zurück. Damals gab es Xenons Paradoxien. Ein Paradoxon betrifft diesen Hasen, der stets die Hälfte der Strecke bis zum Ziel zurücklegt. Bei der Hälfte angekommen, legt er wieder nur die Hälfte des Rests zurück, und dann wieder die Hälfte des Rests. Durch logische Schlüsse folgerte man damals, dass er deshalb niemals am Ziel ankommt. Das war für hunderte von Jahren ein unlösbares Mysterium. Durch die logische Brille betrachtet, liegt hier scheinbar ein Problem vor, und der Hase wird nie ankommen. Es gibt aber kein Problem, denn unsere Realität ist nicht kontinuierlich, sondern digital. Er kann nicht immer wieder nur die Hälfte der Strecke zurücklegen. Irgendwann erreicht man nämlich Abstände, die dem kleinsten Pixel unserer Realitätssimulation entsprechen, also dem kleinstmöglichen Abstand, der in unserer Realität existiert. An diesem Punkt angekommen, kann man nicht einfach die Distanz eines halben Pixels zurücklegen. In einer virtuellen Realität sind nur ganzzahlige Vielfacher der kleinsten Pixelgröße möglich. Die ganzen Paradoxien lösen sich an dieser Stelle auf, denn unsere Realität ist digital. Wir vermuten aber, dass unsere Realität kontinuierlich ist, aber das ist sie nicht. Alle wissenschaftlichen Paradoxien, die mir bekannt sind, lassen sich vollkommen schlüssig und mit einfachen Worten durch meine My Big Toe-Theorie erklären. Es ist also nicht so, dass wir diese Dinge nicht verstehen können, aber wir müssen die Glaubenssätze loslassen, dass wir bereits alles Wissbare wissen und dass es ausschließlich diese physische Realität gibt. Wenn man diese Glaubenssätze loslässt, kann man außerhalb der vorgegebenen Normen denken und dort Antworten finden.